So, das ist mein Haus. Was? Als ob... Alter, als ob ich jetzt die eigenen Einheiten gekillt habe. Versuchen Sie, die Anlage auszuschalten und kappen Sie die Verbindung so schnell wie möglich. Die gute Nachricht ist, unser Nachschub klappt hervorragend. Wir können Ihnen das leistungsfähigste Fahrzeug zur Verfügung stellen, den Mammutpanzer. Ich sage es ungern, diese Mission macht Ihnen vielleicht Spaß. Ah ja. So, damit herzlich willkommen zurück zu Command Conqueror Tabel Wars. Wir befinden uns immer noch in Ägypten bei der Mission Alexandria. Zerstören Sie den Hafen von Alexandria, um die Verschiffung von Nord-Massenvernichtungswaffen zu unterbinden. Nord exportiert über den Hafen von Alexandria-Aurora und Chemiewaffen. Wann es nicht eigentlich Tiberium-Waffen? Ah, egal. Ihre Mission ist einfach. Setzen Sie dem Ganzen ein Ende. Zerstören Sie die Ladekräne und versenken Sie die Schiffe, um die Docks zu blockieren. Schalten Sie anschließend die Verwaltungs- und Kontrollzentren aus und neutralisieren Sie alle feindlichen Einheiten und Gebäude in der Umgebung. Wir stellen Ihnen für diese Mission Mammutpanzer zur Verfügung. Überrollen Sie sie, Commander. Ah, Mammutpanzer sind toll. Ja, was ist denn das? Meine Befehle. Oh, hallo. Neue Bauoptionen. Ein Mammut. Mammutpanzer. Jawohl. So. Wir brauchen erstmal noch Geld. Dieser Hafen beliefert die Nord-Truppen in aller Welt. Zerstören Sie beide Verladekräne, um Nord diesen Nachschubweg abzuschneiden. Dieser eine Hafen. Zerstören Sie das Nord-Hauptquartier, um den Hafen stillzulegen. Der Mammut ist der fortschrittlichste Panzer der GDI. Er hat eine einzigartige Panzerung und Feuerkraft. Raketentrupp einsatzbereit. Errichten Sie eine Waffenfabrik und ein Technologiezentrum, um Mammutpanzer bauen zu können. Machen wir. Infanterietrupp bereit. Bau abgeschlossen. So. Ungeeigneter Bauplatz. Bauen wir noch einen Kran, dass wir ein bisschen mehr Gebäude gleichzeitig bauen können. Und da kommen sie schon. Oh, nee. Sollte nicht sterben. Wow. Wie sterben die denn? Ah, gut, das sind diese Buggysen. Da haben wir diesen Kran. Das ist also maglich gerne. Da steht sogar halt verwundete Infanteristen. Das habe ich nie gelesen. Auf zur Front. Habe ich da eine Zeitbegrenzung? Fallen die Schriffe irgendwann weg. Bestimmt, oder? Ich könnte es mir vorstellen. Wir sind hier. Melden uns zum Dienst. Wird gebaut. Gut, ein Arsenal wäre jetzt nicht das erste Gebäude, wo ich versuchen würde, Infanteristen zu heilen. Also am ehesten würde ich es noch in der Kaserne versuchen, aber na gut. Geheimdienstdaten aktualisiert. Ähm, habe ich jetzt einen Gefechtsstand im Bau? Ja, habe ich. Der ist auch schon fertig. Dann noch ein Technologiezentrum, dann noch ein Kraftwerk und für Upgrades brauchen wir jetzt ein Technologiezentrum. Wir sind hier. Okay. Mammutpanzer. Baut abgeschüssen. Technologiezentrum. Ungeeigneter Bauplatz wird gebaut. Völlige Überlegenheit. Und wir können mal so ein Expansionsfahrzeug bauen. Bau abgeschüssen ausbilden. So. Ja, Sir. Bodenunterstützung. Einmal heilen gehen. Was brauchen Sie? Einheit befördert. Hä? Hä? Bereite Basiserweiterung. Bau abgeschüssen. Infanterie-Traum. Einheit ist da gerade befördert. Ach, egal. So. Jetzt können wir Mammuts bauen. Ja. Das sagte ich bereits. Super. Kaufen Sie im Technologiezentrum das Railgun Upgrade und rüsten Sie alle Predator und Mammutpanzer mit dieser Technologie auf. Mach ich. Wenn du das sagst. Bereit. Brauchen wir mehr Platz? Wird gebaut. Unzureichende Mittel. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Auf zur Front. Neues Bonusziel. Was ein Zufall. Wie ist es da drüben? Wir können unsere Wirtschaft mit diesem Tiberium stärken. Bonus Ziel erreicht. Bau abgeschlossen. Unbesiegbar. So, da ist schon das Schiff. Was ist hier? Der Heimdienstdaten aktualisiert. BMP-Kontrollstanz, was wir besetzen sollen. Mammut einsatzbereit. Ungeeigneter Bauplatz. So ein Upgrade hätte ich gerne mal. Feindliche Einheiten in sich. Iiii. Ja, Sir. Scheiße. Ich hab nichts hier. Nähere mich. Oh nein. Oh. Okay. Geht einfach wieder. Ich dachte, das wären so ekelhafte Bomber. Was denn? Jetzt kommen sie schon wieder. Hallo. Mammut Panzer. Sie wissen, wir sind hier. Mach die Luken dicht, Jungs. Das wird ziemlich heftig. Mammut rückt vor. Ähm. Okay. War das einer von uns oder einer von denen? Das wird gebaut. War das einer von denen? Meine Befehle? Völlige Überlegenheit. Eine Verlegung. Bauabgeschossen. Unaufhaltsam. Eigentlich würde ich gerne schon mal zu den Schiffen vorrücken, falls das eine Zeitbegrenzung hat, das Ziel. Dann wollen wir mal. Geht mal heilen. Ausbildung. Und ich glaube, ich brauche mal eine Kanone hier. Wird gebaut. Man weiß ja nie. Bauabgeschossen. Tatsächlich Einheiten in Sicht. Verteidigt unsere Kräne. Mammut Panzer. Einheit wird angehoben. Jawohl. Lass sie immer dranbleiben. Los Männer, vorwärts. Mammut Panzer bereit. Bauabgeschossen. Dreife an. Ich komme. Okay, die nehmen relativ viel Schaden, die Kräne. Ziemlich gut. Aber es kommt die Verstärkung hier ins Gebäude. Oh nein, Flammenpanzer. Wird auch nicht ins Gebäude. Aber dann brennt. Mammut Panzer kaputt. Kommt zu. Sehr schön. Überrollt sie. Alles klar. Mammut Panzer. Ausgeben. Feindliche Einheiten in sich. Mürrke Ansatzbereit. Notverbände nähern sich aus östlicher Richtung. Ach scheiße, die hat das erste Schiff zerstören sollen. Halt die Waffen bereit. Äh. Was braucht sie? Einsatzbereit. War jetzt die Verstärkung nicht schon. Komm schon, macht es noch kaputt. Das schafft ihr. Immer dranbleiben. Eingraben. Fahr auf Bischof. Völlige Überlegenheit. Wundbehindbar. Drück mir vor. Mammutspanzer bereit. Verstärkung. Naht. Einheit bezahlt. Haltet durch. Da passt sie bei mir. Nein. Oh nein. Die Flammenwerfer. Völlige Überlegenheit. Äh. Kann man so machen. Muss man nicht. Das ist eine zweite Kaserne vielleicht. Wir sollten uns ein bisschen zurückziehen vielleicht mal. Ein bisschen viel. Ich war auch ein geschützt. Wird gebaut. Völlige Überlegenheit. Meine Befehle. Einfach weiterfahren. Wir könnten sie beziehen. Oh nein. Der Mann ist weg. Wir haben alles im Grunde. Ziele. Ziele anvisieren. Einheit wird anrufen. Kommando. Rotenunterstützung. Lasst sie nicht aus den Augen. BMT. Wie ist der Plan? Scheiße. Ach, die Haltung. BMT erwartet Befehle. Ich bin bereit. Mütige Wand. Man muss Panzer bereit. Ausgeben. 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 Ja, Arsch. Unterwegs. Oh Mann. Ich höre das Raketentrücker. Ja, ich komme. Rück zu. Jetzt haben wir ja Schafschützenplatt gemacht. Das gibt es doch nicht. Hier da. Mir ist ja die letzte Hoffnung gegen diese Raketentrupps. Nein, der Landvermesser. Feuer. Jawohl. Verstanden. Ja, Sir. Wir halten die Stellung. Alles klar. Machen wir sie fertig. Alles klar. Schafschützen sind bereit. Okay. Zeigen wir es Ihnen. Sammler verloren. Sammler verloren. Völlige Überlegenheit. Ach du Scheiße. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Zu wenig Energie. Gebäude offline. Wird gebaut. Unzureichende Mütte. Mammutpanzer bereit. Puh, das war knapp. Melden uns zum Dienst. Wenn jetzt gleich noch ein Angriff kommt, haben wir ein großes Problem. Gebäude offline. Gebäude online. Habe ich oben jetzt nur einen Sammler? Ja. Dann kann mal einer von euch hochkommen. Das ist eine andere. Oh nein. Völlige Überlegenheit. Auch Leute. Vorsicht. Lasst doch meinen armen Sammler. Luke geschlossen. Du kannst hochfahren sehr gut. Einatmen angeboten. Unbesichtbar. Mammutpanzer bereit. Oh, meine armen Sammler. Wir haben's zu tun. Wir brechen auf. Ach, der schießt sogar mit. Wie geil. Stimmt, hätte ich auch in Erinnerung, dass die so ein kleines Geschütz wenigstens haben. Meine Befehle auf zur Front. Runter zum Reparieren einmal. Die können wir eigentlich verkaufen. Wie wollen die verkaufen? Oh, 300 nur. Das sind überhaupt. horrende Summen, die da nicht ausgezahlt werden. Ein Teil der Rollkosten. Ja, das ist aber ein minimaler Teil. Na, komm ich wieder. Bereit. Macht sie fertig. Schön, dass die Raketensoldaten zuerst die Scharfschützen schießen. Dabei müsste doch bei Schalli-Spiel-Logik die Scharfschützen eigentlich gar keinen Schaden nehmen durch die Raketen. Und BMT hat das zweimal für Scharfschützen. Damit die nicht immer so auf dem Feld liegen. Obwohl die ja noch schneller am Sterben sind. Ja, dann können sie rechtzeitig aussteigen lassen. Hier macht die Mark kaputt hier. Sondern jetzt ist Gebäude weg. Feuer abgeschlossen. Wunderbar. Greife an. Ich komme zurück zum Reparieren. Ist das Gebiet sicher? EMT Einsatzbereit. Was sehen Sie? Scharfschützen-Team. Nehmen neue Position ein. Jetzt haben wir noch ein Türmchen. Feindliche Einheiten in sich. So. Jetzt fehlt hier unten ein Sammler, ne? Können wir mal einen bauen. Ausreden. Alter, die Sammler kosten ja fast so viel wie mit der Raffinerie. Wahrscheinlich gehen die meisten Kosten der Raffinerie auf den Sammler. Auf zum Tiberiumfeld. Beginn mit Ernte. Haltet die Waffen bereit. Ja, Sir. Mammut keine Befehle. Jetzt werden wir jetzt doch mal repariert. Kommt wieder Feinde. Zum Glück nur Infanteristen. Die sollten nur platt kriegen. Wir haben die Schutz- und Scharfschützen. Also, oh nein. Da kommen jetzt diese Bogen-Opports. Die ist der Plan. Oh, nee. Panzer. Machst du kaputt. Ja. Ja. Das funktioniert jetzt nicht. Ähm. Ausbildung. Ausbildung. Raketentrop einsatzbereit. Ausbildung. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, wir sind einsatzbereit. Ja, wir sind einsatzbereit. Das sollen wir nun besetzen, oder? Raketentrop einsatzbereit. Ja, wir sind einsatzbereit. Ja, wir sind einsatzbereit. Ja, wir sind einsatzbereit. Vielleicht fahren wir gleich mal mit dem Ingenieur darunter besetzen was. Ja, wir sind einsatzbereit. Aber man sollte es vielleicht schon beschützen. Raketentrop kampfbereit. Weil sonst bringt einem das ja nicht allzu lange was. Ja, Sir. Feindliche Einheiten in sich. Predator. Panzertivision ausrüst. Unsere Basis wird angewiesen. Auf zur Fron. BNT wie ist geplant. Konzentriert euch. Seid vorbereit. Geheimdienst. Ich brauche hier oben eigentlich mal was zu reparieren. Der kann doch reparieren, der Baukran, oder? Nee. Ingenieure können auch nicht reparieren. Zumindest keine Fahrzeuge. Das heißt, ich muss jetzt hier oben noch mal eine Waffenfabrik bauen dafür. Wird gebaut. Na gut. Kann doch nicht schaden, einen mehr zu haben. Bin los unterwegs. Was sehen Sie? Bleiben außer Sicht. Aufgepasst. Ausbildung. Ein paar Infanteristen. Ausbildung. Damit wir das Gebäude unten einnehmen können. Infanterie-Truppbereit. Bau abgeschlossen. Völlige Überlegenheit. Erwartung. Unbesiegbar. Es kann losgehen. Meine Befehle. Mammut-Panzer bereit. BMT. Wie ist der Plan? BMT erwartet Befehle. Willkommen. Waffen klar machen. Unsere Basis wird angepasst. Alter, machen die einen Schaden. Oh, das war knapp. Wird repariert. Infanterie-Trupp. Haltet die Waffen bereit. So, ihr geht runter. Ich schicke mir noch einen Mammut mit. Man weiß ja nie. Infanterie-Trupp bereit. Auf Empfang. Wen sollen wir neutralisieren? Melden uns zum Dienst. Infanterie-Trupp bereit. Meine Befehle. Mammut-Panzer bereit. Ihr seid die Eins. Und ihr seid die Zwei. Meine Befehle. Unsere Basis wird auch mal riefen. Mammut-Panzer. Raketen-Trupp einsatzbereit. Ist das ein Schiff? Nein, das ist ein Flugzeug. Ja, Sir. Das ist ein Luftschiff quasi. Ich komme. Ah, eine Ölbauplattform. Auf den Weg. Ich komme. Haben wir Grenadierer? Ja, haben wir. Perfekt. Was ist hier oben? Sehr schön. Oh, oh. Völlige Überlegenheit. Feindkontakt. Reichert sie auf? Kommander? Ist der Weg sicher? Ja, das... Sicher ist relativ. Das gibt es nicht. Diese Drecks-KI fokust einfach den Ingenieur raus. Boah. Miese KI. Was für Sammler? Was tust du? Wir haben Feindkontakt, Sir. Ja. Wir müssen hier weg. Los geht's. Der Sammler ist ein Massenkiller. Und der Sammler ist kaputt. Das habe ich noch nie erlebt, dass die Sammler einfach wo ganz anders hinfahren. Also das ist ein bisschen blöd. Meine Befehle. Ist der neue Ingenieur rein? Einheit bereit. Nein. Wir besetzen das EMP-Kreuzzentrum. Infanterie-Trupp. Ja, ich werde das gleich besetzen. Deaktivieren Sie mit einem EMP-Schlag vorübergehend sämtliche Fahrzeuge und Gebäude des Not-Stützpunktes. Alter, Sammler. Boah. Dann kann man so blöd sein. Ich will ja eigentlich gar nicht vorrücken. Ich muss nur meinen Sammler verteidigen. Das gibt es nicht. Raus da. Toll gemacht, Sammler. Wir müssen jetzt Massen sterben. Ausbilden. Ei, ei, ei. Ausbilden. Ist der Ingenieur da? Ja. Nein. Wo steckt der? Hinten. Melden uns zum Dienst. Infanterie-Unterstützung. Einheit befördert. Erwarten Befehle. Alles klar. Sind unterwegs. Bereit. Nähere mich. Wie ist unsere Position? Ziel anpassiert. Okay, Männer. Einheit angegriffen. Ihr gehört mir. Erwarten Befehle. Gebäude angegriffen. Treibt sie raus. Du musst Ziel erweitern. Renadiert so. Haltet die Waffen bereit. Ja, Sir. Geheimdienstdaten aktualisiert. Bodenunterstützer raketenbereit. Da rein, Raketentrupp. Erwarten Befehle. Feindlich einheit in sich. Morbus-Panzer bereit. Wo ist der Scharfschütze? Haltet die Waffen bereit. Der ist tot oder was? Stealth-Reinheit-Dorf. Aha, je. Jetzt kommt der Sammler von denen einfach hier rein. Ey, so das... Bereit. Scharfschütze. Ja, das ist auch noch ein Stealth-Sammler. Ist klar. Bereit. Ich komme. Bin unterwegs. Wo ist meine Waffen-Publik ist? Ich komme. Wie ist unsere Position? WMT erwartet Befehle. Hab ich da echt zu weit hinten gebaut? Der Reparatur-Radius ist ja... Auf sofort unbesiegbar. Was? Feindliche Einheiten in sich. Wollt ihr mich verarschen? Bau unterbrochen. Abgebrochen. Ausbildung. Wie? Also... Bodenunterstützung. Ausschwärmen. Nein. Aufhören. WMT einsatzbereit. Unsere Basis wird angegriffen. Bewegung. Einheit bereit. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Alles klar. Einheit befördert. Auf zur Front. Meine Befehle. Aufgefahren. WMT, die ist gefahren. Infanterietruppe. Kommande. Bereit. Raketentruppe. Aufgefahren. Schützen Team. Roger. Rücken jetzt vor. Auf den Boden. Wie kommen die da jetzt schon wieder rein? Wo sind die kack? Wo sind die? Natürlich da oben. Wie kann das sein? Drecks KI. Erwarten Befehle. Einheit bereit. So, das ist mein Haus. Was? Als ob. Als ob ich jetzt die eigenen Einheiten gekillt habe. Was ist das für eine Verarsche gerade hier? Das ist ja. Ja, fahr da weg, bevor du wirkst. Alter, diese Mission. Jetzt ist mein Ingenieur doch mal da. WMT erwartet Befehle. Ich habe, was ich brauche. Bereite Kontrollcodes vor. So. Ich will jetzt in einem Bataillon von den Infanteristen. Treffpunkt bestätigt. Raketenkrupp kampfbereit. Haltet die Waffen bereit. Ausrücken. Jetzt brauche ich mal ganz kurz irgendwie 100 Dollar. Äh. Was war das jetzt? Feindliche Einheiten in sich. Mammut einsatzbereit. Was brauche ich denn gerade, dass ich keinen Druck bekomme? Fahr doch näher ran nach vorne. Alter. Zurück. Super. Das gibt es nicht. So, jetzt haben wir mal Geld. Da kamen schon wieder Feinde. Sind gleich in Reichweite. Haltet die Waffen bereit. Begeuder ein Genauer. Ja, verstanden. Raketenkrupp kampfbereit. Positiv. Wir gehen rein. So. Jetzt haben wir da unten erst schon mal die Stelle. Das hier gab mein Turm, ist auch kaputt. Aber da war eh keine große Hilfe, würde ich mal sagen. Ja, Sir. Bring bitte in den Waffen. Nein, die sterben. Nein, 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 nein. Zurück. Was machst du da vorne, Sammler? Guck mal hier hin. Ja, Sir. Ist ja fast kaputt. Ausbildung. Ausbildung. Gruppenpartporter. Auf, zur folge Überlegenheit. Unbesichtbar. Anfänger. Auf, zur folge Überlegenheit. Unbesichtbar. Völlige Überlegenheit. Ja, ran. Ein, 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 ein. Ja, Sir. Mammutpanzer bereit. Also sein Reparaturrad könnte schon so einen Ticken größer sein. Der ist ziemlich böse. Den Panzer hole ich mal hoch. Wahrscheinlich kommt das unten nach einem riesigen Armut und ich kann sie nicht aufhalten, weil der Mammut-Panzer oben steht. Aber man muss es riskieren. Du kannst weiter sammeln, wenn es die Bärin gäbe. Da ist wieder ein Selbstsammler, oder? Er klaut uns das Tiberium von der Nase weg. Ich kann mich verarschen. Da ist sogar auf den Baum umgefahren worden. Ich habe es ganz genau gesehen. Los Tiberium hier fuhlt. Wie kann ich den Stapfer-Helten aufrufen? Können die das? Nein. Boah. Wem zurück. Wie kann ich Stapfer-Helten aufrufen? Mit Türmen. Ach, scheiße. Ich glaube echt, dass der uns das Tiberium vor der Nase wegklaut gerade. Und ich glaube, es wäre besser, ein Fahrzeugtürm zu bauen. Das wollte ich ja nicht zutrauen, dass die uns wirklich mit Stealth sammeln, das Zeug vor der Nase klaut. Weil das ist doch nichts da, da oben. So. Wo fährst du hin? Mammut-Panzer bereit. Du hast hier zu tun. Ja, Sir, auf zur Freude. Auf zur Freude. Wir schauen nach vorne, aber es ist ja ruhig. Wir kümmern uns darum. Völlige Überlegenheit. Komm, die können wir eigentlich mal... Das ist eigentlich so grün. Ist das ein Waff-Problem? Vielleicht. Mammut rückt vor. Na, komm, wir rücken vor. Fragliche Einheiten in sich im Weg. Mammut mit Niederbücher. Los, X. Ja, Sir. Ja, Fahrgabbar von Dingsbums. Auf dem Weg. Ja, Sir. Oder wir halten das Gebäude mit Mammuts komplett nieder. Bin unterwegs. Bereit. Kommer, kommt an. Meine Befehle. Ach, wir haben sogar... Nice. Dann können wir das Gebäude da freuen. Auf zur Freude. So. Ich wette, dass wir gleich wieder in Sammler kommen. Ja, Sir. Mammut rückt vor. Ja, Sir. Feindliche Einheiten in sich. Wo sind die denn hier? Wir haben hier erwartet Befehle. Nähern uns zielig. Unbesiegbar. Einheit wird angewiesen. Wunderbar. Leid an. Leid an. Rücke vor. Mammut rückt vor. Rücke vor. Feindliche Einheiten in sich. Mammut rückt vor. Ich muss es einmal reparieren. Völlige Überlegenheit. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Unaufhaltsam. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Ich sage Rückzug und bleib stehen. Ja, Sir. Ja, jetzt sei der Tod. Super. Ach, Leute. Manchmal habe ich das Kupfer, die wollen sterben. Einheit der Kupfer. Da unten läuft es sehr schön. Ja, Sir. Verstanden, Commander. Ein Commander. Runter, reparieren. Runter, reparieren. Kommander. Bereit, Sir. Mammut rückt vor. Du darfst nicht sterben. Du bist unser bester, unser bester, unser bester Bomber. Nein, 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 nein. Gut. Unbesiegbar. Ja, Sir. Sammler, du bleibst da oben. Okay, es geht los. Bereit. Meine Befehle. Da unten läuft es sehr schön. Ja, Sir. Unaufhaltsame Mammut-Manzer. Unbesiegbar. Sind bereit. Truppentransporter. Raketentrupp. Aufgepasst. Raketentrupp. Kampfbereit. Erwartet Befehle. Haltet die Waffen bereit. Ausschweren. Wen wollen wir neutralisieren? Mammut-Mammut-Manzer bereit. Die warten da schon wieder. Fahrliche Einheiten in sich. Jetzt kommen sie. Auf zur Front. Nachladen. Ziel bestätigt. Nein, 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 nein. Das gibt es nicht. Trooper sind einsatzbereit. Wir sind hier. Los geht's. Wir werden. Bereit. Stand ein. Beauftakt. Hau euch hervor. Auf dem Weg. So, dann drücken wir mal ein bisschen vor. Ja, sir. Feindliche Einheiten in sich. Ich speichere mal. Ich komme. Ötig. Feindliche Stützbund in sich. Ja, das ist nur ein Verdrissmeton. Ich glaube nicht. Hau euch hervorruppern. Ah, nein. aussteigen unterwegs haben und kommt nicht dran oder was von der mauer steht ja und zwar und das jetzt auf ja nein Das sollte nicht sein. Mammutspanzer hier. Das ist mal hier. Wow. So viel ein nettes Sonnplatz. Oh. Ne, das funktioniert so nicht. Schade, schade. Gut, ich würde sagen, ich mache eine ganz kurze Aufnahmepause und dann machen wir beim nächsten Mal, laden wir den Spielstand mal und versuchen es dann nochmal. Ich bedanke mich soweit fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.